das wolkenhäuschen von 1736 und davor steht der liebe gute alte güte der heute natürlich nicht zu erkennen ist und der harz hat ja in seinem faust eine große rolle gespielt das sind aber lustige lustige erscheinungen hier normalerweise ist das ein ganz glattes dach ja wo vielleicht ein schneehäufchen war kam ganz viel schnee dazu geweht und es potenzierte sich dann an den stellen zu diesen kleinen das ist doch sonst nicht sonst ist ja auch kein schnee so hier hat natürlich alles geschlossen also die sind mir ganz einfach auch so regelmäßig ich werde rausfinden das brockenhotel wenn man hier übernachtet ist man nachts allein hat auch keine rezeption logischerweise so